ARD Text im Auftrag von Funk Mark, riesige Überraschung, unerwartete Derbysieg, verblüffende Tuner zur Staunen der Medien, über den 1-0 gegen E-Bei war riesig. Wie gross war die Überraschung bei dir? Ja, also damit gerechnet im Vorfeld hatte sicherlich niemand, dass wir E-Bei schlagen ausserhalb. Und darum ist es für alle eine grosse Überraschung und wir haben uns das wirklich zutraut. Wir haben gesagt, wenn wir wirklich mutig sind und aktiv und stolz auf den Platz rausgehen, dann bin ich überzeugt, dass wir E-Bei schlagen können. Und dementsprechend haben die Jungs auch sehr, sehr gut umgesetzt. Was sich definitiv niemand erklären konnte, ist der Unterschied vom FC Thun gegenüber dem Xamax-Match. Eine ganz andere Mannschaft ist hier aufgetreten, am Ziesti. Kannst du dir das erklären? Ja, ich muss es vielleicht ein bisschen ausholen. Ja, das ist nicht ganz so einfach. Man muss sich auch vorstellen, es war kurz nach der Corona-Pause, wo wir wieder starten. Wir spielen in Neuenburg. Punktlich mit Xamax. Wir haben sehr viele junge Spieler, sehr viele, auch in Anführungszeichen, unerfahrende Spieler, wo das unheimlicher Druck war, dort zu spielen. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl aus den Gesprächen mit den Jungs, dass sie in das Spiel hinein sind und gesagt haben, sie müssten unbedingt gewinnen. Schon von aussen hergetragen worden, sechs Punkte Spiel, die Fans, alle unsere Supporter, ja, sie müssten gewinnen. Und ja, da war der Druck extrem. Und ich habe das Gefühl, das war mehr lähmend, als es uns geholfen hat. Wie ein grosser Einfluss? Hat es das erste Geisterspiel auf der Mannschaft vielleicht auch gehabt? Ja, da habe ich nicht einmal so das Gefühl, dass es unheimlich schlimm ist. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es für uns in jetzigen Situationen vielleicht nicht mal so ein Nachteil ist, dass die Hütten nicht ganz voll sind, wenn du zum Beispiel auswärts spielst. Zu Hause hätten wir natürlich gerne die Unterstützung der Fans und die würden uns auch extrem gut tun. Aber alles in allem habe ich das Gefühl, dass es für uns vielleicht gar nicht so ein Nachteil ist. Aber du hast jetzt zwei von diesen Geisterspiele miterlebt. Hast du das Gefühl, das hat auch einen Einfluss auf das Spiel an sich? Ja, also für mich hat es den positiven Effekt, dass wir die Jungs hören. Und dass das, was ich sage, auch dort ankommt, wo es ankommt. Das ist für mich persönlich der Vorteil an diesen Geisterspielen. Aber alles in allem ist es für niemanden ein Vorteil. Jetzt ist es natürlich wichtig oder essenziell sogar, dass wir die Leistung jetzt gegen IB oder Zankau zeigen können. Wie schaffen wir das? Ja, dass wir das unbedingt wollen, das steht gar nicht zur Diskussion. Und ob es das in dieser Form gelingt, das werden wir sehen. Es hat immer noch einen Gegner auf der anderen Seite, der dann auch seine Nötigen dazu tut. Aber das ist der Anspruch, den wir haben an uns. Und das werden wir alles versuchen. Und die Jungs haben auch gemerkt, wie das ist, der Unterschied zwischen Neuenburg und daheim im Derby gegen IB. Ich denke, das will jeder wieder erleben. Obwohl sie nach dem Spiel tot und kaputzig waren, wie es ja Basile Stillhart im Schweizer Fernsehen sagte. Also von dem her, ja, wir wollen das unbedingt. Und wir sind überzogen, wenn wir mehr solche Leistungen bringen, sodass die Chancen grösser sind, dass du mehr gewinnst, als du verlierst. Erst gegen Letzt auf dem Papier ist es eigentlich eine klare Sache. Warum ist die Ausgangstag vielleicht nicht ganz so klar? Weil wir uns ja in der Regel einfacher tun gegen Mannschaften, die auch spielen wollen, wie jetzt auch IB war. Die eigentlich ihre Spiele wollen durchbringen. Und wir versuchen mit unserer Art, wie wir das im Moment auf den Platz bringen, dagegen zu haben. Und dann bin ich überzogen, dass das ein sehr, sehr intensives Spiel wird werden in St. Gallo. Obwohl ich auch überzogen bin, dass wir auch den Zweiten in diesem Sinne leider packen können.